Oh lol, top! Also die werden jetzt definitiv was damit abgehauen sein. Kämpft, oder mach Platz für jene, die es tun werden. Und jetzt ist der Red Buff weg. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh, Ulti unterbrochen oder was? Viertel? Jetzt zeilen wir mal! Oh lol! 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 Da, da, da! Aber in falsche Richtung. Ja, ich hätte die Sohne nicht mehr gekriegt. Ach, da war Lux noch. Mit Blubuff. Ja, die hat mich gerade gestoppt, deswegen kam ich ja nicht mehr ran. So. Er fällt im Blutrauschen. Wer bescheiden ist, geht leer aus. Die Lux, äh... Ne, ist das Lux? Ne, ist es Caitlin. Ach so. Alter, so viele No-Opfer, weiß. Ey, warum auch immer MF jetzt wegläuft? Wie viel HP hat die? Okay, alles klar. Ich verstehe, warum. Ja, mit 38 HP würde ich da auch nicht rumgaben. Ja, nee, klar. Dann verstehe ich das auch. Oh, fuck. Ne Trap! Warte, ich komm dir entgegen. Ja, die haut schon ab. Sieht jetzt auch nicht aus mit Drake. Das wird doch auch mal ein lecker schmackig Fazit. Ja, alles klar. Okay, Fiddle und so, komm. Scheiße, wir müssen zwei eilen. Okay, weg, 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 weg. Gut. Ich geh mich mal kurz heilen an den Viechern hier, ne? Na, nehm. Ich will ihn nach Hause. Ich find das immer geil. Ihr rennt immer zum Drachen und dann spring ich drüber. Ich glaube, ich will mir nochmal realist. Das ist dein Zepter, ey. Doppelt slow. Jetzt hast du mehrmals. Ach, ne, hast du ja noch gar nicht. Ne, aber ich hab doch meinen normalen... ...leu. Leu, guck mal, wo die alle sind. Jo, geht mal durch die Mitte, alter. Sie kommen jetzt aber gleich alle von da, ne? Mein Keiler ist hungrig. Oh, ne Riesenminim. Mein Gott. Aber trauen tun sie sich nicht. Ich hab' den Ulti bereit, ey. Ich hab' auch alles bereit. Warte, muss noch das Item umstellen, was auf der 3 ist. Äh, ich geh' nochmal ganz kurz... Äh, noch nicht angreifen, aber ich geh' nochmal kurz Red holen. Die werden Futter für meinen Keiler sein. Die werden Futter für meinen Keiler sein. Nicht doch alle auf den Renekton mahnen. Hat das denn für einen Ignite? Jo, ich kann doch nicht mehr defen. Was war das denn für einen Renekton, alter? Oh, boah, stirb, 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 stirb. Oh, der stirbt einfach nicht. Oh, schade. Mit wie viel HP der auch immer weggekommen ist? Viel war's nicht. Der CT ist schon Level 15 und so. Weil unsere beiden natürlich erst mal abmachen mussten. Ja. Ist natürlich nicht so. Wie viel live du hast? Ich hab' genau 1700. Ich hab' tausendmal mehr. Bei Riven ist das immer witzig. Immer wenn ich Full-Bild bin, dann hab' ich genau 4000 HP. Aber genau 4000 HP. Wer bescheiden ist, geht leer aus. Was? Kämpft! Oder macht Platz für jene, die es tun werden. Das Loks dem aber, ne? Weiß ich doch, ich brauch' den nicht. Let's noch mal kurz raufhauen. Sorry, aber ich habe jetzt Sonnenfeuer. Okay, ich würde den Wien nicht fehlen. Mein Keiler ist hunnig. Lux hat auch Krab-Blue gemacht. Ne, hat sie nicht. Oh, guck mal, Reni. Oh, guck mal, er hat Ulti angemacht und kommt nicht mal hinterher. Ach nee, hat er gar nicht. Was soll, sah gerade so aus. Aber er ist auch schon ganz gut kassiert, da drüben. Obwohl nur so ein Nubi-Nubi-Jungler bin. Kriss mich nicht, du Wichser. Ich will leben! Kommt er nachher? Ne, ich glaube, er hat euch gesehen. Yo, schnappt sie euch. Oh, oh. Ich frage mich, was Sora und Dings in der Zeit machen. Ohne Scheiße machen wir nur Scheiße. Alter, wieso sind die jetzt weggerannt eigentlich? Die MF hat mich gerade alleine gelassen. Äh, Lux meinst du? MF, die läuft ja die ganze Zeit nur an unserem Tower. Genauso wie Sora, die stehen immer nur daneben. Ich werde mich nicht hinter dem Schild eines anderen verstecken. Wir verneigen uns von niemandem. Auch wenn's Deutsche sind. Na, René? Jetzt hast du aber mehr HP als ich. Wo kommt das denn her? Ach, okay, alles klar. Ja, das sagt Miss Fortune. Die ganze Zeit nur hinter den Towers steht und nichts macht als ADC. Wollte ich haben. Spontan ein bisschen laut geworden. Wollte ich haben. Spontan ein bisschen laut geworden. Ach, das war viel. Oh. Ich hab die Sona erstmal geholt. Ich hab mir die Lux noch gekrallt, ey. Ich hab mir die Lux noch gekrallt, ey. Ich hab mir die Lux noch gekrallt, ey. Ja, und, Sora. Du machst das. Ein Leben in Angst ist kein Leben. Ich hab mich nicht zufrieden. Ich hab mir die Lux noch gekrallt, ey. Ich hab' den Gäsen. Ich hab' den Gäsen. Ich hab' den Gäsen. Der Gäsen hat einen Turm zerstört. wir könnten während feiglinge reden genau komm mal mit du chris red ok lol lol viertel hat nee doch nicht caitlin versteckt sich doch ein bisschen wir haben auch nicht ein einziger wort auf dem feld ne wir die sora ist so unnütz eigentlich das einzig gute an ihr ist gerade hier der ab und zu mal rein kommt ab und zu die würde auch garantiert nicht fehlen und guck mal die rf die kann gar nichts die können beide nichts da oben bei viertel hat er läuft mit uns mit da wurde gerade gewollt ich weiß auch mal warum bin ich eigentlich eingesprungen ich gebe da garantiert nicht auf drück auch mal nein ich gebe auch nicht auf ein leben in angst ist kein löser SURA ach komm ey ich soll doch alle ich soll doch behindert ey so jetzt hab ich mal alles rausgegeben 알�udd Подdekse wir haben wir haben gleich doch wir haben uns heute 8 10 9 9 10 10 11 11 12 11 Was habt ihr denn da schon wieder ausgeschrieben? Der Gegner hat einen Turm zerstört Das ist doch ein Cut-Yes, Alter! Ohne Witz! Da hab ich schon mal meinen Dues-Champ, ey! Tja, und jedes Mal haben wir so ein Glück, dass irgendwelche kleinen Kinder reinkommen Dann kann ich nicht mal zeigen, wie geil sie wirklich ist Was sieht, Johanne wird viel zu wenig gespielt, ohne Scheiß Genau neben mir endete das Ding Die Lux ist die einzige, die hier überhaupt ordentlich mitmacht, auch wenn sie einen Scheiß-Ping hatte Ja, schon Aber die ist halt, was kameradschaftlich ist, im Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen, die stehen nur noch rum Ich bin weggekommen Oh, sie hat mal gehealt Ach Gott, ey Das war ein Megafarm, grad für mich Wie so, hast du eine ordentliche Welle abgekriegt, ne? Hm? Ordentliche Welle abgekriegt Klar Dann kam die kleine Caitlyn wieder, haute mir ein paar Hits rein, die macht schon Damage, ey Ja, klar Da guckt ihr Surah an, was die gekauft hat Ich hab nur das kleine geholt, äh das größere Ich hab nur das kleine geholt, äh das größere Wollt ihr auch gerade einen, den wir da haben? Mhm Ein Leben in Angst ist kein Leben Ist Duel-Dings überhaupt erlaubt? Ich glaub nicht, ne? Nein, das ist es nicht Taten statt Worte Und es wird aufgenommen Ja, richtig Ich hol mir mal ein bisschen was aus deinem Jungle, ne? Mhm Das hat jetzt geschehen Eure Immobilität werden zerstört Eure Verbünder gestählt Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Kälte kennt kein Erbarmen Ein Gegner wird zerstört Alter Wie sie kassiert haben kann Was habt ihr da? Wie ist das? Wie ist das? Und da ist das? Wollt ihr in die Welt were wir hier? Wollt ihr in die Welt Und da ist das was? Ich habe hier aus dem Ich hab hier ausgedacht und bin ich hier raus, und ich bin hier ausgedacht Und ich habe hier ausgedacht Der Gegner hat einen Zuge zerstört. Da ist es scheiß. Ja, ne, komm. Ich guck's dir an. Versuch der sich noch rauszureden, ey. Naja, jetzt hab er verloren. Wollte man aufgeben vorher noch? Nö, lass sie doch gewinnen. Schnauze. Wer versucht was wenigstens. Hä? Was meinten die Luxierze gehört ihr auch mit zu denen oder was? Schaut so aus. Ich mach hier kein Damage, ne? Oh, Alter. Wie viel hatten die jetzt noch gehabt, verdammt? Verloren. Ja. Ja.